hallo ihr lieben und herzlich willkommen zum schütze highlight für den winter ja die themenkarte schon gefallen dieses reading gilt für sternzeichen aszendent und mondzeichen schütze wir haben hier den heldenmut auf dieser karte ist jemand der kämpft gegen ein drachen der möchte ihn gerne köpfen manchmal stellt das inneren kampf da den man kämpft manchmal geht es hauptsächlich mut manchmal geht es darum dass man etwas beseitigen möchte ich bin wirklich mal sehr gespannt was die lennemann karten noch dazu zu sagen haben ich verwende wie immer die lennemann karten licht und schatten von der angelina schulze die karte will sich zeigen die ist gerade rausgefallen die wege ja hier geht es um die wege der weg des lebens und natürlich um entscheidungen man muss sich hier entscheiden in welche richtung man geht sehr interessant hier an der unterseite vom deck liegt der berg das ist ein ganz spezieller platz diese unterseite am deck und es zeigt mir einfach worum es im winter bei dir geht der berg ist die karte der herausforderung und es ist gut möglich dass ich der eine oder andere von euch durch diese herausforderung um die es geht einfach ausgebremst fühlt dass man so das gefühl hat es geht nichts voran man ist blockiert es ist vielleicht sogar wie ein stillstand und das schauen wir uns jetzt weiter an wir haben hier die dame liegen die dame steht in den allgemein readings bei mir immer für dich und sie ist geschlechtsneutral und das bedeutet auch wenn du ein mann bist steht diese dame hier für dich ich habe hier ganz stark den eindruck dass es sich bei dir um einen inneren prozess handelt also bei den meisten von euch geht es um etwas inneres etwas psychisches wir haben hier den sag der sag steht für stillstand und ende und wir haben hier den turm der turm steht für isolation für rückzug er kann beim ein oder anderen auch für die arbeit stehen für die selbstständigkeit und hier kommt etwas zum ende es geht hier dabei für dich mit dem hund um vertrauen und ich habe sehr stark den eindruck dass es hier auch um dein selbstvertrauen geht um das vertrauen in deine sache aber auch um das vertrauen in deine person in deine kraft und deine macht und ja für viele habe ich den eindruck des selbstvertrauen ist irgendwo angeknackst passt zwar gar nicht zum schützen aber ich habe so den eindruck dass das bei vielen von euch so ist für einige habe ich auch hier das gefühl dass ihr irgendwie auf hilfe wartet oder hofft wir haben hier die mäuse liegen und mit den mäusen geht es erstmal um verzögerung auch um ja ausgebremst sein dass dinge langsamer gehen und die mäuse laufen direkt in diesen turm rein mäuse fressen ja auch immer so ein bisschen alles an und alles weg und so ist es eben auch beim kartendeuten wenn die mäuse in etwas reinlaufen also die mäuse fressen für einige hier den betrieb weg die arbeit für für die meisten von euch geht es ja um innere prozesse und da knabbern diese mäuse diese isolation vielleicht sogar einsamkeit und ja diesen rückzug an wir haben hier den bären liegen und der liegt an einem platz den du nicht einsehen kannst für einige geht es hier um eine hilfreiche person die in euer leben tritt und für einige von euch geht es um euer unterbewusstsein ihr habt keine ahnung mehr was ihr überhaupt an mut und kraft habt das ist noch in eurem unterbewusstsein aber ihr könnt gar nicht mehr wahrnehmen ihr seid davon regelrecht abgetrennt und dieser mut diese kraft war in der vergangenheit für euch präsent und ich sehe dass das wiederkommt aber ihr könnt noch nicht sehen so wie geht es dann weiter da haben wir hier das herz das herz steht für zuspruch aber auch für liebe und ich spüre für die meisten von euch hier wirklich diese selbst liebe die hier aufkommt und dadurch kommt ihr wieder ins handeln ihr seht wieder was ihr möchtet was euch wichtig ist ihr bekommt auch wieder ein blick für euch selbst und das befähigt euch einfach ins handeln zu kommen und diese ganze sache hier ist schicksalhaft das schicksalskreuz pusht das herz dieses selbst liebe und ich sehe auch hier dieses selbst selbst vertrauen dein selbst vertrauen darum geht es das ist schicksalhaft es geht darum hier zweifel sorgen ängste wofür die mäuse auch stehen zu beseitigen es geht darum mutig zu sein wieder und es geht um die klare entscheidung deine klare entscheidung ja ich will und die klare entscheidung ja sich selbst wieder zu vertrauen bei denen wo es ums berufliche geht und da zeigt das herz einfach zuspruch an der wieder in die handlung bringt also das was vorher stagniert ist das kommt da kommt wieder was dass man wieder sich bewegen kann dass man wieder ins handeln kommen kann also zum beispiel eine zusage für eine neue arbeit und all das ist schicksalhaft an dieser stelle liegt normalerweise auch der rad der karten und ich bekomme bei dem turm ganz klar rein konzentriere dich auf dein licht der leuchtet ja hier oben konzentriere dich auf dein licht jetzt möchte ich aber gerne noch von den lennemann karten wissen ob es hier noch was zu sagen gibt zum turm eine karte bitte zum turm eine karte bitte zum turm ob das waren zu viele gut schauen wir uns an an der unterseite der sag ja das ist wirklich interessant also der sag hier an der unterseite vom deck zeigt eigentlich an es geht hier um diesen stillstand und dieses ende für manche auch und also der rad bezieht sich darauf und dann schauen wir mal hier wir haben hier den schlüssel die türe die sich öffnet und den blumenstrauß ich glaube so sieht man es besser und du sollst hier wirklich schauen was für möglichkeiten du hast möglichkeiten für freude für leichtigkeit einfach schauen was worüber freust du dich was ist dir angenehm was verleiht dir leichtigkeit und darauf möchte dich das schicksal aufmerksam machen und das zweite ist hier mit den engelsflügeln und dem bauch angezeigt mit dem bauch geht es um das was du in dir trägst es können auch deine pläne sein aber es geht hauptsächlich um das was du in dir trägst und die engelsflügel zeigen an dass du geschützt bist aber auch dass du die richtige inspiration dass du nach der richtigen inspiration schauen darfst dass du auch auf die guten gelegenheiten hoffen darfst auf die hilfe von den engeln beziehungsweise günstige zufälle ja mit dem schicksalskreuz ist natürlich angezeigt dass das schicksalhaft ist das schicksal möchte gerne dass du das jetzt bewältigt dass du diese lernaufgabe auch annimmst und wirklich wieder in deine kraft kommst deinen mut zurück gewinnst ja die kraft und mut liegt auch hier bei dem bären tief in dir drin und du kannst es einfach nicht mehr sehen weil du dich davon isoliert hast abgetrennt hast das ist wirklich anspruchsvolles reading ich hoffe nur dass euch das auch weiterhilft sehr speziell ich würde mich ja super freuen wenn du mir einen kommentar hinterlässt ich finde es immer sehr spannend wenn du mir ein bisschen was über deine situation verraten möchtest ja und ich freue mich natürlich auch sehr wenn du mir ein like da lässt wenn dir das reading gefällt ja und falls du neu auf meinem kanal bist ich habe für alle sternzeichen playlists angelegt du kannst gerne mal schauen ob du zu deinem thema für diesen zeitraum auch noch weitere videos findest weil ich mache ja immer mehrere im gleichen zeitraum was dir vielleicht noch weiterhelfen könnte und jetzt schauen wir mal was gibt es hier noch zu sagen was kann ich euch noch mitgeben was ist hier wichtig das glück liegt in dir ja das ist eigentlich die aussage die ich hier die ganze zeit schon rausgespürt habe es geht für dich wirklich nur darum das zu erkennen wieder in dein selbstbewusstsein in dein selbstwert reinzukommen und wieder deine kraft zu spüren dein mut zu spüren und dann auch wirklich wieder ins tun zu kommen das ist schicksalhaft ihr lieben ich hoffe ihr nehmt eure lernaufgabe an und macht das beste draus ich wünsche euch alles alles gute für den winter vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren und auch die glocke zu drücken dann bekommt ihr jedes mal ein bescheid sobald ich ein video hochlade bis bald 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 Untertitelung des ZDF, 2020